Schwerer Verkehrsunfall Die Strecke zwischen Briten und Mittlach ist gefährlich, vor allem wenn man die nicht kennt. Eine 63-jährige Frau aus Wittlich war auf der kurvenreichen und schmierigen Straße unterwegs, verlor kurz vor der Ruheforst die Kontrolle über ihren Wagen, krachte in den Wald und blieb auf der Seite liegen. Zeugen des Crashs zogen die schwerverletzte Frau aus ihrem Wagen. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.